Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich dachte wohl auch, jetzt sag ich dir, Bier trinken ist einfacher. Der Harz. Wilde Wälder, verwunschene Wege und weite Wasser. Aber bei vielen gilt die Region als verschlafen. Junge Harzer wollen das ändern. Daniel und Larissa bauen eine Waldherberge auf. Mut muss man haben beim Kochen, sich was trauen. Wandern hoch zu Ross, das ist Lauras Geschäftsidee. Wir haben Wiesen, wir haben Wälder, es geht hoch und runter. Ihre Kunden sollen im Stroh schlafen. Abenteuer pur. Ein bisschen Handarbeit nochmal hier. Und diese Jungs machen aus Mutters Garage eine Brauerei. Ob die Pläne aufgehen, wird sich zeigen. Am Öl liegt's nicht, ist auch keins dran. Bad Grund liegt im westlichen Harz und ist im Zuge des Bergbaus entstanden. Auf einer Waldlichtung oberhalb der Stadt soll eine ganz besondere Herberge entstehen. Und die Bremsen ran. Daniel Köhler und Larissa Menzel haben ein altes Kirchenfreizeitheim gekauft. Zehn kleine Hütten auf einem Hektar wilder Natur. Die Häuser brauchen neue Farbe. So, Dani, da kannst du aber nochmal rüber. Wo? Da, ja, stopp. Okay. Aber wir haben ganz, ganz lange überlegt, welche Farbe jetzt gut zu unserem Konzept passen würde. Und dann hatten wir eher vorher gedacht, na, vielleicht irgendwie in Richtung Grau oder so. Und tatsächlich haben wir dann Screenshots von den Häusern gemacht und haben das im Paint-Programm so ein bisschen angemalt. Und dann haben wir gesagt, nee, also Grau passt nicht so zu uns. Stattdessen wurde es schließlich diese spezielle Moosgrün. Und, ist doch schön geworden. Daniel und Larissa haben sich Hühner angeschafft, um ihre zukünftigen Gäste mit frischen Eiern zu versorgen. Das Geflügel hat hier alle Freiheiten. Da haben wir hier drin das Haus sauber gemacht und dann auf einmal haben wir gehört, irgendwas tut sich da in der Ecke. Und dann war auf diesem Sitzpolster dann auf einmal ein Huhn, was ein Ei legen wollte und hat riesen Rabatz gemacht, weil wir ja unbedingt aus dem Haus raus sollten. Auch wenn ihr Waldquartier noch im Aufbau ist, buchen bereits die ersten Gäste. Gut, dann lass uns zu 47 gehen. 47, unsere Eltern sind ja in der. 46. Und dort war ich aber schon, hab nochmal ein bisschen was gemacht, aber der Boden muss vor allen Dingen nochmal gemacht werden. Sie putzen die Hütten selber. Okay. Also die Betten hatten wir hier schon bezogen. Ja. Dann würde ich sagen, dass wir noch einmal durchsaugen und nochmal wischen. Und dann ist sie gut. Den Staub nochmal überall runter. Larissa arbeitet nebenbei weiter in einer Unternehmensberatung. Daniel ist bei der Stadt Bad Grund angestellt und führt obendrein ein kleines Catering-Unternehmen. Sie brauchen Geld, um ihr Projekt Waldherberge stemmen zu können. Die zehn Hütten haben sie in Eigenarbeit saniert und neu eingerichtet. Wir haben viel recherchiert und haben uns Bilder rausgesucht und haben eine riesen Wand gemacht von Dingen, die uns selber sehr gut gefallen. Und dann haben wir geguckt, wie wir es von der Wand in die Häuser kriegen. Obwohl die Häuser halt alle einen anderen Tenor innen drin haben, ist es ja auch immer wieder so diese Kombi zwischen alt und neu, wo man dann immer ganz tolle Sachen auch gefunden hat zwischendurch. Und wir haben unsere eigene Möbel auch reingestellt, also zu Hause haben wir jetzt nicht mehr so viel. Unterstützung bekommen die beiden von ihren Eltern. Hallo. Beide Mamas packen mit an. Dann können wir ja gleich nochmal zwei Betten beziehen. Ja, ich kann ja schon mal Essen machen. Oh, gerne. Was gibt's denn? Ziffernchen, Nudeln, ganz einfach. Die beiden kommen fast jeden Tag. Wir haben das ja von Anfang an mit beobachtet. Am November ging es los mit Umbauen und wir haben zusammen Tapeten abgerissen und Fensterbilder abgekratzt. Irgendwie will man die einfach nicht im Stich lassen. So, man will ihnen helfen und das machen wir. Larissas Papa hilft beim Kochen. Immer schön gemeinsam, ne? Alleine ist so langweilig. Daniel ist kein gelernter Koch, aber er hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht und kocht auf Festivals fürs Personal. Ja dann, guten Appetit. Danke fürs Kochen. Danke für die Hilfe. In Zukunft will Daniel auch seine Gäste verpflegen. Die Eltern sind vom Konzept überzeugt. Diese Leistung, die die jetzt gebracht haben, die beiden, das ist schon enorm, macht einen schon sehr stolz. Naja, auch zu sehen, dass eben junge Leute hier im Harz irgendwie versuchen, das Image des Harzes so ein bisschen wieder aufzumöbeln, also finde ich schon sehr toll und richtig gut. Ich glaube, der Harz an sich, der ist schon im Wandel. Wenn wir durch den Harzstreifen und am Wandern sind, dann sehen wir relativ viele, die was machen. Das sind meistens Leute aus Großstädten, also viele Berliner sind hier unterwegs und Hamburger, die hier richtig was reißen und was verändern. Und der Harzer an sich ist da ein bisschen im Hintertreffen, habe ich immer das Gefühl. Und das wollen wir hier auch sitzen lassen und auch ein bisschen was machen hier. Bald haben sie hier die Hütten voll und können sich als neue Gastgeber beweisen. Etwa 15 Kilometer Luftlinie entfernt liegt die Hanskühnenburg. Der Harz ist das höchste Gebirge Norddeutschlands. Die Hanskühnenburg ist eine Baude, so nennt man hier einfache Berggasthöfe und liegt auf über 800 Metern. Dominik Singer ist ihr neuer Pächter. Hallo. So ihr Lieben, ihr seid ja schon fleißig. Was machen wir denn heute Schönes? Dominiks Mutter Rita unterstützt ihren Sohn hier in der Küche. Wir wollten anfangen Kuchen zu backen. Na super. Dominik führt die Baude zusammen mit Kumpels. Seine Freundin Hanna ist mit im Team. Vieles hier ist speziell. Ich mach mal den Ofen an, das dauert ja ein, zwei Stunden. Sie haben hier oben nur Solarstrom und backen ihren Kuchen im Holzofen. Daher ist es manchmal die Herausforderung, die Temperatur zu kriegen. Das ist eben das Wichtigste. Wenn wir die Temperatur nicht haben, dann funktioniert das alles nicht. Und ich will ja nicht, dass die Mutter nachher meckert, dass der Kuchen nicht anständig wird. Seit 1889 gibt es die Hans-Kühnenburg. Vor gut einem halben Jahr haben Dominik und seine Mitstreiter hier übernommen. Mit Veränderungen sind sie vorsichtig. Ja, so eine gute Mischung muss man finden, weil die älteren Leute, die seit 50 Jahren hierher kommen, die wollen diesen Charakter und den wollen wir ja auch erhalten. Die Hans-Kühnenburg war ursprünglich eine Schutzhütte. Sie liegt im Nationalpark Harz. Gäste kommen nur zu Fuß oder mit dem Rad hier hoch. Frohes Harz, sag Glück auf! Guten Morgen! Moin! Ja, hervorragend. Dann habt ihr euch doch schon was verdient hier. Das ist ein spezieller Ort, ja. Aber die Tour macht man gerne. So, ihr Lieben. Hanna Busch hat International Business studiert und als Model gearbeitet. Und jetzt ist sie Mädchen für alles auf der Hans-Kühnenburg. In Sachen Kuchenbacken will sie sich von Rita noch ein paar Tricks abschauen. Also wir haben jetzt ein bisschen Butter, ein bisschen Zucker. Mir macht das total Spaß, von ihr zu lernen, weil es eben nicht so ist, ich muss mir jetzt ein Rezeptbuch nehmen, sondern ich hab das Rezeptbuch lebend hier neben mir stehen. Das ist der Hammer. Ein Apfel-Streuselkuchen soll es werden. So, was passiert dann mit der anderen Hälfte? Die kommt dann danach, oder? Die kommt dann danach. Okay. Ja, das sieht doch gut aus. Das riecht ja auch schon richtig lecker. Ritas Tipp als Krönung Karamellsoße. Das macht Spaß. Hanna, wir können starten. Jo. So, die Zeit nimmst du? Ja, genau. In zehn Minuten einmal umdrehen, ne? Genau. Das Wetter wird gut. Da erwarten sie viele Kuchenesser hier oben. Immer beliebter wird der Harz als Ausflugsziel für Mountainbiker. Der Trend geht dabei zum Drahtesel mit Elektroantrieb. Auch die Verleiher vor Ort bieten mittlerweile den motorisierten Fahrspaß an. Und liefern die passenden Routen samm Navi gleich mit. Denn der Harz ist groß. Das Mittelgebirge erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 2200 Quadratkilometern in drei Bundesländern. Wer es ganz früh auf den Wurmberg schafft, erlebt mit etwas Glück einen Sonnenaufgang der Sonderklasse. Und etwa zehn Kilometer Luftlinie entfernt, in Benneckenstein, soll es heute auf eine besondere Tour gehen. Also wir starten dann gleich. Bergab geht's erst mal. Und auf der anderen Seite, auf dem Feldweg, geht's dann weiter Richtung Dreiländerstein, wo wir quasi an der Grenze sind zwischen Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Thüringen. Laura Unger ist Pferdewirtschaftsmeisterin und will einen Wanderreitbetrieb aufbauen. Ihre Gäste buchen kleine Abenteuer hoch zu Ross. Und ich schätz mal, dass wir so vier Stunden ungefähr reiten, plus dann die Pausenzeiten noch und alles ganz entspannt. Sehr gut. Wir holen ja auch was sehen von der Landschaft. Bisher war Laura mit ihren Gästen im Ostharz unterwegs. Heute will sie eine neue Strecke testen, von hier bis Braunlage. Also wir machen immer so zwischen 20 und 25 Kilometer am Schnitt. Das müssen die Pferde natürlich vorher auch öfter mal gelaufen sein, solche Strecken auch. Und ich verbinde das immer so ein bisschen mit der Harzer Wandernadel, weil das einfach viele schöne Punkte sind, die man da anreiten kann. Zählt eine Reittour denn für die Wandernadel? Tja, das kann man sich wahrscheinlich so hinbiegen, wie man möchte. Es ist ja Wanderreiten, also man wandert ja auch mal selber, von daher. Laura stellt ihren Gästen auch Leibpferde zur Verfügung. Aber Ina Pulver ist mit ihrer Stute Liese aus Leipzig für einen Zweitagestrip extra angereist. Ja, wir sind typische Flachland-Tiroler. Dementsprechend bin ich gespannt, was die Liese heute so sagt. Der maximalste Berg bei uns ist ein Damm. Daher, aber ich denke, die wird's schon machen. Kraft hat's auf jeden Fall. Sie wollen auf dem grünen Band, einem Wanderweg entlang der ehemaligen Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland nach Braunlage reiten. In Braunlage wollen sie übernachten und danach soll es zurückgehen. Das Gepäck wird ihnen von Lauras Freund hinterhergebracht. Die Strecke ist Laura vorher einmal mit dem Mountainbike abgefahren. Die 27-Jährige hat zwei Jahre lang in einem Wanderreitbetrieb in Portugal gearbeitet und die Geschäftsidee mit nach Hause gebracht. Der Harz hat für Wanderreiter viel zu bieten. Wir haben Wiesen, wir haben Wälder, es geht hoch und runter und es ist einfach auf so einem Ritt viele verschiedene Sachen, die man sieht. Jetzt haben wir es endlich geschafft und sind auf dem Grenzweg. Wenn wir jetzt hier gleich rein reiten, dann stehen wir genau an der Grenze zwischen den drei Bundesländern. Einmal mir nach. Das ist jetzt der? Das ist der berühmt-berüchtigte Grenzstein. Du stehst jetzt quasi in Sachsen-Anhalt und ich steh schon auf Niedersachsenseite. Hey. Das gehört natürlich zur Geschichte von Deutschland dazu. Also es ist zwar vor meiner Zeit quasi alles passiert, aber dass man trotzdem noch so diesen Spuren folgen kann. Und mit Pferd schlägt man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Und gleich nebenan ist eine Stempelstelle für die Harzer Wandernadel. An 222 Posten können Wanderer Stempel sammeln. Eigentlich in einem Heft. Das ist jetzt meine Aufgabe. Laura hat diesen Stempel schon. Wenn man natürlich Fan der Harzer Wandernadel ist, nimmt man natürlich jeden mit, wenn du bis hierher kommst. Ina reicht der Handrücken als Beweis, dass sie hier war. Und auf geht's. Ihr nächster Stopp ist das Grenzmuseum in Sorge. Die Hans-Kühnenburg. Mittlerweile haben es einige Gäste nach oben geschafft. Sie bieten hier Fleischspezialitäten aus der Region an. Bratwurst mit ein Brötchen haben. Ja, kleine Hand. Schneid es nur auf. Danke. Pächter Dominik Singer hilft heute am Grill. Er macht das hier nur nebenberuflich. Sein Geld verdient er als selbstständiger Gartenbauer. Schon fertig. Danke. Ketchup und Senf können Sie sich nehmen. Die Hans-Kühnenburg hat Dominik mit übernommen, damit sie in Harzer hinten bleibt. Es ist ein Herzensprojekt. Also es macht richtig viel Spaß. Ich glaube, die Leute geben so viel wieder. Und wir sprechen mit den Leuten. Und man hört immer Geschichten auch von den älteren Leuten, wie es früher aussah. Und ja, das ist für, also man könnte ein Buch drüber schreiben, was man für Geschichten hier hört. Und das ist wirklich das Schöne hier. Auch bei Hanna am Tresen ist einiges los. Danke Ihnen. Viel Spaß damit. Dankeschön. Zwei Stück Apfelkuchen und einen Kaffee, bitte. Der Apfelkuchen von Hanna und Rita. Der geht weg wie warme Semmeln, würde ich mal behaupten hier. Der sieht alleine schon so lecker und saftig aus. Also wenn wir den noch mal probieren wollen, müssen wir uns gleich beeilen. Die beiden Kuchenesser kommen aus Belgien. Sehr lecker. Wir sind nicht gewöhnt, um viel, viel Kilometer zu laufen. Inzwischen sind es zehn Kilometer ungefähr. Und werden wir morgen spüren, glaube ich. Und Zucker hier läuft ja. Ich weiß nicht, ob es Bio-Zucker ist, aber es schmeckt. Aber sie servieren den Gästen nicht nur Süßes. So. Meinst du, wir können die Linse dann einmal rausgeben? Ist die warm? Ja, ne? Ja, das warm. Kannste eine Portion einmal fertig machen. Das wäre super. Och, das ist multitasking, ne? Mir macht das total Spaß, wenn einfach ein bisschen was los ist. Weil man macht irgendwie alles ein bisschen, ne? Und ja, super. Also da wird es nicht langweilig. Ich will sagen. Genau. Und demnächst steht ein großes Wanderevent an. Dann gibt's viel zu tun für die Macher der Hans-Kühnenburg. Verwunschene Ecken. Die findet man zum Beispiel im Okertal. Der Fluss wird von den Harzwasserwerken aufgestaut und regelmäßig abgelassen. Dann wird aus der Oker eine Wildwasserstrecke. Ein Weg führt am Fluss entlang. Besonders romantisch ist es auf der Verlobungsinsel. Im Hüttendorf in Bad Grund geht's heute mal etwas ruhiger zu. Und Herbergsmacher Daniel nimmt sich ein paar Stunden frei. Die Söse-Talsperre ist eine der vielen Talsperren im Harz. Sie dient u.a. der Trinkwassergewinnung. Man darf hier angeln. Allerdings nur, wenn man ein Gesundheitszeugnis hat. Daniel ist mit seinem Kumpel Arne verabredet. Arne, sag was, dein Gewässer. Ich weiß nicht. Wir könnten auch runtergehen und gucken, ob wir eine Forelle kriegen. Einmal rumlaufen wird knapp von der Zeit her. Ja. Das zeigt den Harz halt aus, dass man jederzeit hier in irgendeinen Teich springen kann. In der Regel super gutes Wasser hat und Fische vor der Tür. Mehr Natur geht fast gar nicht. Unterhalb der Talsperre liegt das Ausgleichsbecken. Hier wollen sie ihr Glück versuchen. Sieht doch gut aus hier, ne? Ich auch. Präparieren die uns mal, ne? Ja. Sie gehen auf Forellen. Dafür brauchen sie einen besonderen Köder. Angeln darf man hier natürlich nur mit Angelschein. Für Daniel geht's allerdings weniger darum, einen Fisch zu fangen, als um eine kleine Auszeit. Ja, nach tagelangen Arbeiten mit dem Wochenende und arbeiten bis in die Nacht. Und morgen sind wir früh raus, sind so ein, zwei Stunden hier am Wasser schon. Ja, Gold wert. Und das Mittelgebirge vor der Tür ist schon purer Luxus. Und bald muss Daniel wieder zurück ins Waldquartier. Sie erwarten nämlich ganz besondere Gäste. Die Wanderreiterinnen Laura und Ina sind auf dem grünen Band zwischen Benneckenstein und Braunlage unterwegs. Das hier war früher der Kolonnenweg an der Grenze zwischen West- und Ostdeutschland. Die Lochplatten aus Beton dienten als Weg für die Fahrzeuge der DDR-Grenztruppen. Viel ist hier nicht los. Sie treffen lediglich ein paar Mountainbiker und sorgen zuweilen sogar für Aufregung. Und dann kommt die deutsche Geschichte ihnen besonders nah. Im Freilandmuseum in Sorge wurden Teile des Grenzzauns erhalten. Ich find's schon auch ein bisschen gruselig, wenn man das so sieht, diesen alten Zaun. Da wurde ja damals wirklich scharf geschossen. Und heute reitet man einfach durch. Zur Grenzlandschaft Sorge gehört auch ein Beobachtungsturm. Laura hat eine Besichtigung organisiert. Hallo. Herzlich willkommen. Dankeschön. Danke. Wanderer zu Pferd kommen hier sonst kaum vorbei. Also super selten, aber in dieser Saison waren einmal zwei Damen mit dem Pony da. Aber es ist super selten, schon sehr exotisch. Passt gut in unsere Museumslandschaft. Was hier fehlt, ist eine gute Anbindestelle. Willst du die Wiese auch noch kurz halten? Ja. Danke schön. Die haben jetzt auch Hunger. Die haben auch Hunger, na klar. Sönke Streckel arbeitet ehrenamtlich für den Museumsverein. Das hatten wir ja mal, das ist wirklich in der Premiere. Dann gucken wir uns das Ganze doch auch mal von oben an. Ich bin gespannt. Neun Meter geht's über Leitersprossen nach oben. Ja. Jetzt sind wir schon ganz schön hoch. Früher war das hier ein Posten der DDR-Grenzer. Heute kann man die Aussicht genießen. Schön, ne? Das hat sich doch verloren. Und dann ist Verpflegung in Sicht. Lauras Freund Robert hat die Genehmigung vom Grenzmuseum bekommen, mit dem Auto bis hierher zu fahren. Ja. Schon Luxus, würd ich mal sagen. Dass man nicht alles selber mitschleppen muss. Wir haben leider auch nicht überall Wasser für die Pferde. Ui. Also beide durstig. Sie machen eine Stunde lang Pause und satteln ab. Die Pferde brauchen das. Ich find's ziemlich wichtig, weil es ist nicht nur die Bewegung an sich, die anstrengend ist. Sondern auch diese ständig wechselnden Eindrücke einfach. Also die brauchen einfach auch für den Kopf eine Pause, auch wenn die das vielleicht vom Körper noch schaffen würden. Und für die Reiter gibt's Mittagessen. Robert unterstützt seine Freundin beim Aufbau ihres Wanderreitbetriebs. Robert, hast du das gemacht? Ja. Ist für mich ja auch Neuland. Wir haben uns erst vor zwei Jahren kennengelernt. Da war Pferde von nicht ... Da gab's noch Fußball. Da hatte ich gar nichts mit zu tun. Ja, jetzt die letzten zwei Jahre. Es ist ein Geben und Nehmen. Ja. Aber ich mach das gerne. Ja. Ist auch wichtig, jemanden im Hintergrund zu haben, der immer mithilft. Das stimmt. Ich würde es nicht schaffen. Das ist nun mal so. Es gibt Fladenbrotpizza mit Schafskäse. Guten Appetit. Danke fürs Essen. Sie müssen sich stärken, denn bis Braunlage liegen noch knapp zehn Kilometer vor ihnen. Unterhalb der Hans-Kühnenburg. Dominik Singer hat heute eine anstrengende Aufgabe zu erledigen. Für den Harzer Hexentrail, einen großen Spendenlauf, der hier in wenigen Tagen stattfinden soll, engagiert er sich als Streckenchef. Vor dem Lauf kontrolliert er mit seinem Team die Route und schneidet, wenn nötig, den Weg frei. Insgesamt ist die Strecke 60 Kilometer lang. Und die Motorsense ist immer dabei. Wir gehen ja ziemlich berghoch, 1600 Höhenmeter. Wir gucken wirklich jeden Weg, die 60 Kilometer, die Woche komplett nach, ob das alles vernünftig ist. Und bei so einem Gerät, das 18 Kilo wiegt, ist es wirklich anstrengend. Der Gartenbauer macht das hier ehrenamtlich. Dominik Singer ist Extremläufer und nimmt weltweit an Wettbewerben teil. Deswegen weiß er auch, worauf es ankommt bei so einer Streckenkontrolle. Ich gucke jetzt nach den Totholz und die Äste, ob irgendwas runterfällt oder dass die Leute sich eben nicht verletzen hier, wenn sie hier lang wandern. Also man muss sich vorstellen, hier sind sie bei Kilometer 28, die morgens gestartet sind. Und da ist die Konzentration nicht mehr so hoch. Und dann ist dann klar, so ein Baum oder so ein Ast achtet man nicht mehr drauf. 2020 hat Dominik sogar einen Weltrekord aufgestellt und in einem Monat mehr als 40.000 Höhenmeter gesammelt. Ich sag mal, Anstrengung gehört dazu, aber das macht ja auch Spaß. Was will man mehr? Die Vögel zwitschern hier rum und man ist in der Natur der Wind. Und das ist ja das wirklich, das kann man für kein Geld der Welt bezahlen hier, was die Natur einem wiedergibt. Für seinen Rekord ist Dominik ausschließlich diese Strecke gelaufen. Sechs Kilometer Aufstieg bis zur Hans-Kühnenburg und zurück. Ja, die Strecke kenn ich eigentlich blind mehr. Da kann man die Augen verbinden und dann kenn ich die Strecke sozusagen in Schlaf. So, jetzt machen wir mal ne Pause und kehren dann ein und tun uns was zu trinken und was zu essen. Das ist ja auch wichtig. Käsekuchen von Mutter Rita. Auch die Teilnehmer vom Hexentrail werden hier Pause machen. Also die Vorfreude gerade jetzt, das Besondere ist ja zum ersten Mal jetzt, dass als Besitzer oder als Pächter hier oben der Hexentrail jetzt hier lang führt. Und das ist na klar eine super Vorfreude und vor allen Dingen auf meiner Strecke sage ich, das ist na klar, ich glaube ich bin aufgeregter als alles andere als die Teilnehmer dann. In ein paar Tagen ist es soweit, dann wird Dominik als Streckenchef den Spendenlauf begleiten. Knapp 15 Kilometer entfernt in Förste geht's um eine ganz andere Veranstaltung. Jo Mann. Dann laden wir schnell die Fässer ein, die Schläuche. Und denk nachher an den Adapter, den brauchen wir dringend, sonst kriegen wir die Fässer nicht gespült. Das hier ist eine Mikrobrauerei. Lars Kasten hat sie zusammen mit Freunden aufgebaut, in der Garage seiner Eltern. Jörg Dörscheln ist ein befreundeter Brauer. Heute Abend wollen sie ihr Bier unter die Leute bringen, beim Stadtfest in Osterode. Sie erwarten einigen Andrang. Zwischen 400 und 600 Leuten. Auch bei dem Wetter, denk ich mal, 450 so. Lars hat während seines Maschinenbaustudiums seine Begeisterung fürs Bierbrauen entdeckt und immer weiter ausgebaut. Bis zur eigenen Brauerei. Noch betreibt er das hier nebenberuflich, aber er investiert viel Freizeit. Das war ein uralter Bierwagen, den haben wir quasi komplett auseinandergenommen und ein bisschen restauriert. Du kannst die Klappe mal zumachen, die geht immer so schwer. Ja, hab ich das richtige Gegengewicht, heißt das, oder was würdest du sagen? Zack. Es ist nicht wirklich leicht. Also 60 Kilo kriegt die Klappe nicht runter. Ist eben leider so, aber da verhält es eben auch oben. Und man sollte tatsächlich dieses Gefährt auch schon mal bewegt haben. Am Öl liegt es nicht, ist auch kein Strand. Sie müssen sich beeilen. Das Event gilt bald los. In Osterode am Harz soll die Innenstadt belebt werden, mit einem Feierabendfest. Jörg hat eine eigene kleine Brauerei in Bielefeld. Er hilft ja auch Spaß. Dabei zuzusehen, wie die Leute das trinken, was man vorher gemacht hat, ist einfach eine Besonderheit. Und dieses Privileg genießen nur Leute wie wir. Noch ist nicht viel los in der Innenstadt. Aber sie bekommen trotzdem Verstärkung. Wir haben heute ein bisschen übertrieben. Wir haben heute vier Sorten Bier. Ein Pilz, ein Helles, ein Summer-A und ein Landbier. Die Kasse ist wo? Die Kasse steht da, genau. Eine haben wir, das muss reichen. Mehr Geld haben wir nicht. Ja, die Leute sind immer freundlich, gut drauf. Und das ist ja auch das Schöne. Die sind ja hier, um zu feiern. Und dementsprechend hat man immer mit freundlichen Leuten zu tun. Und ja, drei Prozent hat man immer, aber das macht einem dann gar nichts. Ja. Drei Prozent? Drei Prozent schlecht gelaunte Leute. Aber die kriegt man dann auch wieder gut hin. Den würde ich das Summer empfehlen. Das ist ja am meisten Alkohol. Bring voran. Wie das Bier aus der Nachbarschaft heute bei den Osterodern ankommt, wird sich zeigen. Achtung, Rast. Die Wanderreiterinnen Laura und Ina nähern sich ihrem Ziel. Und mit Wechsel? Also ich würde sagen, wir reiten jetzt da lang und haben dann ungefähr noch so sechs Kilometer vor uns. Okay. Und dann haben wir es geschafft für heute. Diese freut sich auf ein Jahr. Die Pferde sind langsam müde. Ja. Reicht auf jeden Fall. Ab 20 Kilometer merkt man es auf jeden Fall. Die letzten fünf, sechs Kilometer wird es auch für uns Reiter dann anstrengend. Also muss man echt sagen. Sie haben es fast geschafft. Ein kleiner Pferdehof in Braunlage ist das Ziel von Lauras Wanderrät. Hier wollen sie übernachten. Hallo. Hallo. Hey, hallo ihr vier. Habt ihr es geschafft? Habt ihr es geschafft? Daniela Simons führt hier einen Pensionsbetrieb für Pferde. Ich hoffe, ihr habt auch Hunger, nicht nur die Pferde. Guten Abend. Ihr habt auch Hunger. Hallo. Schön, wenn man ankommt und wenn man natürlich gleich noch was Leckeres zu essen bekommt. Und die Pferde freuen sich jetzt auch, dass sie den Tag überstanden haben und haben sich jetzt auch ihre Koppel verdient. Wenn Lauras Pläne aufgehen, wird das hier eine Wanderreitstation. Ja, wir sind halt selber noch nicht so lange hier. Ich hatte noch keine Wanderreiter. Letztes Jahr hatten wir mal drei Esel. Das waren unsere ersten Wanderreiter. Das war eigentlich ganz nett und da hab ich gesagt, wir können das gerne mal probieren. So Laura, dann zeig ich euch mal, wie ihr schlafen könnt. Ja, ihr müsst sehen, ob ihr hier in einer Box schlafen wollt oder ob ihr lieber euer Zelt aufschlagt. Die Unterkunft ist eher rustikal. Nehmen wir die Strohbox. Wenn ihr jetzt hier eure Schlafsäcke auslegt, könnt ihr auf die Tür zumachen. Alles gut. Ist kein Luxushotel, aber ... Bestens. Es ist nicht so kalt wie im Zelt, weil jetzt im September ist es dann im Zelt auch ein bisschen kühler. Und von daher, wenn es uns zu kalt wird, machen wir die Tür zu. Wir haben ein Dach über dem Kopf und es könnte schlechter sein. Ein bisschen Abenteuer. Das ist doch immer das, was man als Wanderreiter auch gut findet. Wir schicken vorher noch mal die Daya rein. Gucken wir mal, ob Mäuse irgendwo sind. Die Daya ist der beste Mäusefänger. Alles zählt. Abenteuer pur, ha? Na Gott, bestimmt lustig. Ich freue mich jetzt aufs Grillen. Ich habe wirklich Hunger. Die Pferde freuen sich noch aufs Futter. Ja, die werden erstmal noch gefüttert. Und dann das Feier anfangen, bitte. Zur Feier der Wanderreiter-Premiere haben sie hier ein kleines Grillfest organisiert. Nehmt euch, oder soll ich euch auffüllen? Nein, wir nehmen uns selber. Alles gut. So viel Kraft haben wir noch. Lauras Reitkundin Ina genießt die Gastfreundschaft. Ich bin ja auch so im Vorhab geboren. Von daher, die Leute sind doch einfach nett, oder? Das ist immer herzlich und das passt. Ich freue mich, dass wir hier sein dürfen und dass wir noch schön zusammensitzen. Dafür, dass wir uns quasi auch noch nicht so lange kennen. Total cool, was ihr hier auf die Beine gestellt habt. Und wir freuen uns auf jeden Fall. Und genießen das auch. Morgen geht's weiter. Nach einer Nacht im Stroh. In Osterode ist beim Feierabendfest mittlerweile einiges los. Und das Geschäft mit dem lokalen Bier läuft. Lars Kasten macht das hier auch aus Überzeugung. Ich finde, jedes Bier, wo es gebraut wird, soll auch getrunken werden. Also, wir haben 1.600 Brauren in Deutschland ungefähr. Und ja, da hat man eine riesen Vielfalt. Sie wollen von ihren Kunden lernen. Wenn die mich angucken und sagen, okay, muss ich was anderes machen. Aber meistens ist es anders. Ich sehe strahlende Gesichter, weil sie was Leckeres trinken kriegen. Und das ist toll. Das ist eine besondere Erfahrung. Und dann bekommen sie Besuch am Stand. Dominik Singer und seine Freundin Hanna haben sich mit Laura und Daniel auf ein Bier verabredet. Die jungen Unternehmer in der Region kennen sich untereinander. Und hier am Stand wird auch genetzwerkt. Bitte schön, lasst euch schmecken. Viele jungen Leute versuchen mir was zu bewegen. mit dem Aufschwung von Hartz oder die Generation aus Corona ganz greif. Und hier probieren, sich hier wirklich voranzugehen. Aber es macht einfach Spaß. Und zwar ja, wenn wir denken, können wir auch mal über andere Sachen reden. Und nicht nur über den Stress, den Eingangstress. Ich glaube, es ist doch wichtig, dass wir den Austausch haben miteinander. Dass wir sehen, wir sind nicht die Einzigen, sondern wir kriegen gemeinsam was. Und wir haben ähnliche Dinge, die uns auch prägen. Ähnliche Ideen. Und gerade in den nächsten Tagen steht bei ihnen viel an. Sonnenuntergang auf dem Wurmberg. Der Speicherteich wurde künstlich angelegt, als Wasserreservoir für die Schneekanonen im Winter. weiter unten in Braunlage. Hier haben zwei Wanderreiterinnen im Stroh genächtigt. Für Laura und Ina geht's gleich wieder aufs Pferd. Nach einer Nacht in der Box. Wie ist das? Doch, sehr gemütlich. Bis auf den Vogel, der von oben auf den Schlafsack gekackt hat. Ah, der saß dann da. Deswegen mussten wir ein bisschen zusammenrutschen. Aber wir haben uns vertragen. Laura will das rustikale Übernachtungskonzept beibehalten. Ja, ich find das total cool, auch mal am Stroh zu schlafen. Also, wenn das alles so klappt mit der Planung. Finde ich, ist das schon auch eine coole Erfahrung. Ich glaub, die Gäste würden das auch so sehen. Noch verdient Laura ihren Lebensunterhalt als Servicekraft in der Gastronomie und als Pferdeausbilderin. Aber sie will ihren Wanderreitbetrieb in Zukunft ausbauen. Das sind schon lange Tage. Wir starten immer relativ früh, die Pferde müssen versorgt werden. Aber ich mag das, sonst würde ich nicht versuchen, das aufzubauen. Ist das hier ein Traumjob? Für mich ja. Man lernt viele verschiedene Leute und Pferde kennen. Viele Geschichten, die man hört, viele Erfahrungen, die man dadurch sammelt. Das ist eigentlich immer so ein ständiger Prozess, den man dann hat. Seid ihr auch startklar? Ja? Okay. Dann steig ich mal auf. Gastgeberin Daniela will ihnen noch Reitwege um Braunlage zeigen, bevor es wieder nach Hause geht. Wir können starten. Ob Laura in Zukunft regelmäßig hier einkehren, wird es noch nicht entschieden. Hoch zu Ross. Für einige ist das die schönste Möglichkeit, den Harz zu erkunden. Aber es gibt auch unzählige Wanderwege rund um Braunlage. Und immer wieder die Möglichkeit, einen Stempel zu sammeln. Besonders romantisch ist es am Silberteich. Der See wurde 1755 künstlich für den Bergbau angelegt. Aufgrund seiner Entstehungsgeschichte gehört der Silberteich zum Oberharzer Wasserregal. Einem historischen System zur Umleitung und Speicherung von Wasser. Und woanders steht ein großer Spendenlauf an. Beim Harzer Hexentrail kann man 60 oder auch nur 35 Kilometer laufen. Hier in Lonau starten gleich die 35 Kilometer Läufer. Dominik Singer hilft beim Start. Was soll ich machen? Aber zieh mich nicht mehr drüber. Nee, musst du loslassen. Ja, eigentlich könnten sie unterdurch alle. Die Teilnehmer gehen in Gruppen. Und jeder in seinem Tempo. Sechs, fünf, vier. Es geht hier nicht ums Gewinnen, sondern ums Dabeisein. Dominik Singer läuft oft selber auf solchen Veranstaltungen mit. Ja, mir geht es selber durch den Kopf, wenn man selber startet, wo die Gedanken so sind. Also man freut sich dann und ich denke gerade, wie geil wäre es, wenn man selber an den Start stehen würde jetzt gerade. Ja, auch so ein bisschen Wehmut ist das eben. Mitlaufen darf hier jeder. Die Startgebühren werden für gemeinnützige Projekte gespendet. Die Strecke führt über Wanderwege und Pfade vorbei an sogenannten Checkpoints, an denen die Läufer sich verpflegen können. Als Streckenchef kümmert sich Dominik auch um die Sicherheit der Teilnehmer. Singer, Dominik. Ja. Okay, wir machen ihn fest. Ja, kriegen wir hin. Alles klar, gut, tschüss. Ja, jetzt ist ein Hund weggelaufen von einer Teilnehmerin und das ist nicht so gut, auch für die anderen Läufer und so. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir den hier einfangen können. An der Hans-Kühnen-Burg kommen zumindest die Läufer vorbei. Udo, dein kleines Problem. Bei den Teilnehmerinnen ist der Hund abgehauen. Und der läuft jetzt hier frei rum und hinterm Team hinterher jagt der. Die haben mich gerade angerufen. Das weiß ich nicht. Sie hat gesagt, eigentlich tut sie nix, das ist Emma, die sollen wir dann festhalten. Vor der Hans-Kühnen-Burg geht sieben Kilometer bergauf. Zur Stärkung gibt's Kuchen. So, herzlich willkommen auf Hans-Kühnen-Burg. Danke schön. Vielen Dank. Zucker-Kuchen greift zu. Es geht um die schnelle Energiezufuhr. Dieser Teilnehmer hat sich die 60 Kilometer vorgenommen. Zucker. Schauen Sie mich lieber, wie ich hier hochkomme. Jetzt geht's auch nur noch gerade und bergab erstmal. Für alle sind's auf jeden Fall zwei Stücken da. 1400 Stücken haben wir ungefähr gekriegt. Eigentlich werden sie alle hier top versorgt. Hallo. 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 Kann man sich verdienen? Ja, sie dürfen sich verdienen. Das ist Zucker, Kuchen, Apfel oder Streusel. Die Läufer trudeln heil ein. Aber der Streckenchef macht sich trotzdem Sorgen. Udo, hast du schon mit dem Hund irgendwas gesehen? Naja, wir gucken mal. Die Suche nach dem Hund auf dem Hexentrail geht also weiter. Und in einem Wohngebiet in Förste starten die Garagenbrauer. Lars, ich bin hier gleich durch. Kannst du das Rezept noch mal bringen? Ja, genau. Was haben wir heute? 116 Kilo Pilsen ab. Heute soll produziert werden. Alles klar, ich mach ein bisschen Krach. Braufreund Jörg ist wieder extra aus Bielefeld gekommen, um seinen Kumpel Lars zu unterstützen. Genau, ich baue schon mal den Tank zusammen. Und dann geht's weiter, ja. Ja, hier wird jetzt das Malz grob geschrotet, sodass wir gleich beim Maischen an die Stärke drankommen, die uns ja den Zucker liefert, damit wir daraus Bier machen können. Gerstenmalz ist vorbehandeltes Getreide. Und so sieht das am Ende aus. Ganz im Ernst, es riecht einfach großartig, jedes Mal wieder. Nebenan wird das Malz ins heiße Wasser gerührt, zum Maischen. Kannst du schneller kippen? Volker gehört zum Brauerteam. Dach voller Arbeit, ne? Dach voller Arbeit, sag ich dir. Ich weiß auch nicht. Bier trinken ist auch deutlich einfacher. Ja, das, was wir hier per Hand machen, machen halt große Brauereien, halt einfach mit dem Knopfdruck. Und ja, das ist hier halt noch körperliche Arbeit, ne? Präzision ist auch erforderlich. Alles ist halt wichtig beim Brauprozess, das muss alles passen. Und dann gibt's ein schönes Bier. Die Anlage ist klein, aber die Technik effizient. Sie können etwa 1.000 Liter Bier an einem Tag brauen. Früher war das hier die Garage von Lars' Eltern. Das Einrichten war schon spaßig. Wir wussten nicht, wie wir die hier reinbekommen sollten, weil die Tür auch nur so ein bisschen schmal ist. Aber hat alles so weit genau gepasst. Und es war ein großer Moment, wo wir halt einfach die auch hier reinbekommen haben. Und auch die nächstgrößere, das war schon ... Klauen kann man die Anlage nicht, man muss nicht kippen. Die passt nur hoch, hat rein und nicht quer. So, jetzt ist Zeit für Frühstück. Bierbrauen. Das ist ein langer Prozess mit vielen Pausen. Sieht gut aus. Hm, das riecht schon gut, ja. Ja, was hast du denn hier vorbereitet? Ach, Muttern war wieder. Wie bei Muttern, ja. Gut, das war hier die Brauerei, haben wir nicht woanders. Ja, wirklich. Auch rein, Völker. Die Brauer haben sich einiges vorgenommen. Microsoft wurde ja auch in der Garage gegründet. Das ist nur zum Ausprobieren, aber man muss ja irgendwie anfangen. Aber heute geht's erst mal mit dem Brauen weiter. Im Waldquartier in Bad Grund werden heute viele Gäste erwartet. Eine Yogalehrerin hat für ein langes Wochenende gleich mehrere Hütten gebucht. Hallo! Freya Meier veranstaltet sogenannte Retreats, also Auszeiten für Yogabegeisterte. Die Yogastunden sollen im Zelt stattfinden, aber das muss umgebaut werden. Ja, genau, wenn wir das dann da runter machen könnten, das wär super. Dann könnten wir vielleicht mal gucken. Dani hat gesagt, es ist die Schwierigsteite, aber ... Er würde bestimmt sagen, mach ich gerne. Die Yogalehrerin war schon einige Male hier zu Gast. Auf meinen Yoga-Retreat suche ich immer schöne Orte mitten in der Natur. Und da war dieser Ort natürlich perfekt. Und ich finde es besonders wichtig zu schauen, in einer Region zu arbeiten. Also, dass wir nicht irgendwie nach Portugal zu einem Yoga-Retreat fliegen müssen, sondern eben so zwischen Harz und Heide. Gibt's so richtig viele schöne Orte, wo es Menschen gibt, die mit Herzblut an einem Projekt arbeiten, so wie hier. So, zwei oder drei Felder zumachen. Das Zelt ist eine komplexe Angelegenheit. Mit viel Mühe befestigt hier. Kunde ist König. Wir versuchen da immer, auch solche Lösungen zu bieten. Das ist natürlich jetzt eine Kleinigkeit, aber das gehört dazu. Das machen wir auch gerne. Dann jetzt merke ich nur grad, dass ich hier noch was anderes löse beim Essen. Guck mal da. Ach so, ja, das war das Falsche. Spontanität, Kreativität, Flexibilität. Ich glaube, das ist der Hauptbestandteil, den wir jetzt hier so tagtäglich gebrauchen. Aber sind wir jetzt auch mittlerweile gut geübt, ne? Finden immer schnell Alternativlösungen und kommen natürlich öfter mal an Grenzen oder wo irgendwas nicht so funktioniert, wie wir es gedacht haben, eingeplant haben. Ist immer leichter, sich selber an die Umstände anzupassen, als andersrum, ne? Das Tipi ist schließlich im Yoga-Modus. Radieschen. Und Daniel kocht für die Teilnehmerinnen. Vegane Kost ist gewünscht. Das war für mich erst eine kleine Umstellung, dann nur vegan zu kochen, wenn die Leute das möchten. Aber eigentlich ist es anspruchsloser, weil die veganen Gäste irgendwie auch wesentlich dankbarer sind für das Essen, was sie bekommen. Was ich bis jetzt gemacht habe, kam immer sehr gut an und die Leute waren zufrieden, dass sie überhaupt irgendwas bekommen, was keine einfache Gemüsepfanne ist oder so. Also, sehr dankbares Publikum. Hallo! Genau, einmal hier rüber. Die Gäste für die Yoga-Auszeit sind angekommen. So schön, dass ihr alle da seid. Der Weg ist ja auch ein bisschen abenteuerlich gewesen hier hoch. Wer hat denn jetzt noch kein Zimmer? Wen hatte ich denn schon zugeteilt? 15 junge Frauen sollen sich jeweils zu dritt eine Hütte teilen. Die meisten kennen sich nicht. Wenn sich Menschen zusammen anmelden, dann bekommen sie ein Doppelzimmer zusammen. Und wenn sie sich einzeln anmelden, das klappt eigentlich immer ganz gut. Am Ende sind irgendwie eh gefühlt alle Freundinnen. Auch Yoga-Lehrerin Freya bezieht ein Haus mit zwei Teilnehmerinnen. So, das sind die Hütten. Oh, wie schön. Ja, ich liebe das auch. Jetzt ist es so schön. Mega gemütlich. Genau, und hier wäre das Einzelzimmer und da das Doppelzimmer, das wir jetzt auch einzeln belegt haben. Also, ich habe gedacht, dass ich einfach in der Koje schlafe. Aber ihr könnt die auch gerne haben. Ich bin offen für alles. Ein Doppelbett, eine Koje und ein Zwei-Bett-Zimmer. Mit sechs Leuten könnte man hier maximal wohnen. Eine Küche gibt's auch. Die voll ausgestattet sind. Und genau. Das stimmt. Ja, könnt euch abends ein Teechen kochen. Sehr gut. Sehr gemütlich. Und draußen gefällt es mir auch richtig gut. Mitten im Wald. Also das hatte ich, glaube ich, so noch nie von so einer Ferien- oder Übernachtungsmöglichkeit. Genau, Schuhe können wir immer hier draußen stehen lassen, dann haben wir nicht so viel Sand drin. Das wäre ganz schön. Während im Tipi die erste Yogastunde stattfindet, kümmert sich Daniel weiter ums vegane Abendessen. Es gibt mehrere Sorten Curry und viel Gemüse. Mut muss man haben beim Kochen. Sie müssen was trauen. Mut und Geduld ist, glaube ich, das Wichtigste beim Kochen. Und dann keine Angst vorm Versagen. Ob seine Spezialitäten bei den Yoga-Freundinnen ankommen, wird sich zeigen. Gleich nebenan in Bad Grund liegt der Weltwald. Durchqueren kann man ihn zum Beispiel auf dem Indianerpfad. Es gibt viel zu lernen. Denn auf einem 65 Hektar großen Areal wachsen im Wald mehr als 600 Baum- und Straucharten aus der ganzen Welt. Auf der Hans-Kühnen-Burg fehlt vom Hund weiter jede Spur. Dominik Singer kümmert sich um die Teilnehmer. So Mädels, auf geht's. Wir müssen da lang. Falsche Richtung. Aber ihr könnt auch gerne berg runterlaufen. Da. Danke schön. Insgesamt sind etwa 500 Läufer am Start. Im ältesten Team sind mehrere Teilnehmer über 80 Jahre alt. Der Hexentrail ist ihr Anti-Aging-Programm. Hallo. Das schmeckt jetzt. Danke. Schmeckt gut. Ich bin 80 Jahre alt und habe eigentlich vom Leben nicht mehr so viel zu erwarten. Aber wenn ich hier so eine Strecke stein hochgehe und noch ein jüngeres Team überhole, das gibt mir Lebensqualität. Und wenn ich das, um alt zu werden, muss ich jedes Jahr eine Wanderung machen und dann funktioniert das. Komm her. Komm her. So ist es fein. Ja, Wasser und ein Dings. Der Hund ist aufgetaucht. Tja, wir haben den Hund. Jetzt müssen wir mal kurz schnell telefonieren. Ein Teilnehmer hat ihn unterwegs eingefangen und bei Dominik abgegeben. Udo, wir haben den Hund. Der Vierbeiner ist offensichtlich schneller unterwegs als seine Besitzerin. Emma. Ja, genau. Trinkt gerade Wasser und wir halten ihn hier fest. Schäferhündin Emma darf hier auf ihre Besitzerin warten. Ja, wir haben immer ein Herz für Hunde hier. Bei uns sind Tiere immer herzlich willkommen. Wie die Menschen, ne? Essen dürfen wir dir leider nicht geben, da wollen wir nicht wissen, ob du das verträgst. Sonst hättest du eine Bratwurst natürlich von uns gekriegt. Komm, Emma! Emma! Emma hat einen günstigen Moment geschickt abgepasst. Ich hab noch eine Flexi-Leine mit. Und die Seite an die Flexi-Leine, dass sie ein bisschen laufen kann. Aber dann kam der Herdentrieb durch und die Herde muss zusammengehalten werden. Und wenn das ein paar hundert Leute sind, sind das ein paar hundert Leute. Ich wollte sie nur gewinnen. Alles gut, versorgt euch und dann weiter viel Spaß. Jawohl, danke. Im Nationalpark Harz müssen alle Hunde angeleint werden. Dominik Singer macht sich auf den Weg, um den weiteren Verlauf der Strecke zu kontrollieren. Super, gleich oben. Er achtet aufs Wohl der Teilnehmer und darauf, dass die Strecke überall korrekt ausgeschildert ist. Alles gut bei euch? Alles prima. Super, perfekt. Wo fahren wir ran? Hier hoch. Jetzt geht's nochmal einmal hoch. Sieht so entspannt bei euch aus. Ja. Alle gut drauf? Ja. Alles gut bei euch? Ja. Super. Jetzt rechts hoch. Ich achte da drauf, dass die Leute wirklich mir eine Antwort geben. Und dann gucke ich so ein bisschen in den Augen, wie sie aussehen. Ja, darauf achte ich eben. Und wenn man keine Antwort zurückkriegt, dann ist das schon meistens kein gutes Zeichen. Die sind jetzt alle noch sehr flott. Also es geht ja wirklich steil jetzt hier berghoch. Und die sind zügig berghoch gegangen. Also das ist ein gutes Zeichen. Also die werden das durchhalten. Fast alle Teilnehmer schaffen es ins Ziel. Und Dominik muss zurück auf die Hans-Kühnenburg. So, Jörg, dann maischen wir mal ab. Ja. Das sieht doch gut aus. Der Geruch ist unvergleichlich. Nach dem Maischen wird das zukünftige Bier in den Leuter-Bottich gepumpt. Dort wird das Dünne, die Würze, vom Dicken, den Überresten des Gerstenmalzes, getrennt und wieder zurückgepumpt. Für Jörg ist das mehr als einfach nur ein Handwerk. Jedes Mal, wenn ich den Deckel aufmache, der Anblick ist schon großartig. Aber es gibt noch kein Geruchs- und Geschmacksfernsehen. Aber das ist einfach unvergleichlich. Das ist wunderbar. Im Kern ist das, was hier passiert, ein wunderbarer Akt. Ein heiliger Vorgang. Dann kommt der Hopfen ins Spiel. Er bringt die Bitterkeit und Aromen ins Bier und sorgt für die Schaumbildung und die Haltbarkeit. Was vom Gerstenmalz übrig bleibt, ist der sogenannte Treber. Und um den muss Volker sich heute kümmern. Als Mann fürs Grobe. Offensichtlich war ich dafür eingeteilt. Manchmal verliebt man, manchmal gewinnen die anderen. So sieht's aus. Für 500 Liter Pilz müssen etwa 130 Kilo Treber geschaufelt werden. Ein bisschen Handarbeit noch mal hier. Der Treber eignet sich als Viehfutter. Die Brauer suchen einen Abnehmer. Die Würze, also das zukünftige Bier, wird in einen Tank gepumpt. Und dann wird die Hefe hinzugefügt. Im Tank muss das Bier jetzt acht Wochen reifen. Lass mal lieber. Ich glaube, das war erfolgreich. Ja, passt. Super. Volker, wir trinken. Ich bin dabei zu zapfen, habt ihr Durst? Kommt doch gleich. Getestet wird heute das Bier vom letzten Braugang. Lars' Vater und Lars' Freundin sind zum Anstoßen gekommen. Ja, hat er gut gebaut. Zum Wohl, ne? Gesundheit. Langes Leben und Frieden. Auf die Brauer. Es schmeckt allein deswegen schon richtig, richtig gut, weil eigentlich sind wir fix und fertig. Prost! Zum Wohl. Das ist ja auch toll, wenn solche Innovationen da durchgeführt werden. In Förster wurde seit über 100 Jahren kein Bier mehr gebraucht. Und das ist das erste Mal und das findet Anklang. Joa, hilft ja nix, Bier brauchen wir ja. Ja. Der Traum der Bierfreunde – ein eigenes Brauhaus. Und ein Glas. Auf der Hans-Kühnen-Burg ist wieder der Alltag eingekehrt. Haben Sie noch irgendwas Kleines dabei? Es sind 57 irgendwas. Hallo. Sehr cool, Äpfel. Der nächste Apfelkuchen ist fällig. Äpfel sind da. Es wär toll, wenn du direkt zum Grillen runter gehst. Okay, gut, dann unterstütze ich draußen. Hanna ist nur durch Dominic hier oben gelandet. Ich habe mir sowas nicht vorgestellt, aber ich empfinde es als eine totale Bereicherung, Menschen zu bedienen oder zu dienen. Weil es gibt nichts Schöneres, als jemandem eine Cola zu geben oder ein Bier oder was auch immer, der gerade sich wünscht. Und der geht dann mit einem Strahlen wieder raus. Die Hans-Kühnen-Burg ist eben mehr als nur ein Arbeitsplatz. Dome, grüß dich. Hi. Na? Hast du schon zwei Würstchen fertig? Ja. Jawohl, dann nehme ich mal zwei Würstchen, ein Leberkäse. Ist das okay? Ja. Leberkäse ist auch gleich fertig. Machen wir sofort. Würstchen am besten ins Brötchen? Ja, ins Brötchen kriegste. Dominic Singer ist hier nicht einfach nur Pächter. Erstmal geht es ja immer um die Wurst irgendwo, aber bei Dome geht es auch um den Griller. Bei Dome ist Harzer Urgestein. Und da geht es um die Wurst und um den Griller. Wenn man einmal hier ist bei ihm. Der Leberchen ist gleich fertig. Dauert noch einen Augenblick. Gucken wir mal, dass wir Temperatur haben. Für Dominic Singer hat die Hans-Kühnen-Burg eine ganz besondere Bedeutung. Ich bin ja schon ein bisschen rumgekommen auf der Welt. Ich habe das Gefühl, ich gehöre hier in Harz einfach so. Und das hat mich jetzt auch die letzten zwei, drei Jahre gezeigt, dass ich auch hier das Herz sagt einfach, du gehörst hierher in Harz und hier oben auf diesem Platz auch zu Hans-Kühnen-Burg. Für die nächsten Jahre hat Dominic schon viele neue Ideen für seine Heimat. So. Und in Bad Grund ist das Essen fertig. Veganen Karottenkuchen gibt's zum Dessert. Larissa und Daniel wollen ihre Gäste verwöhnen. Und die Atmosphäre soll stimmen. Ja, macht mir auch super viel Spaß. Also ich mag das total gerne, wenn wir das schön anrichten und wenn das so gemütlich aussieht und überall Lichter sind. Das ist so meins. So, alle vollzählig? Ja, ich glaube schon. Sehr schön. Daniel hat hier zwei verschiedene Currypfannen gemacht. Nehmt euch einen Teller, nehmt euch Besteck und ihr könnt loslegen. Vegan zu kochen und etwas Besonderes zu bieten, das hat Daniel sich vorgenommen. Möchtest du auch Gäste? Möse ein bisschen? Ihr könnt auch jeder Zehn wiederkommen, probiert erst mal. Die Gäste haben vor dem Essen immerhin 90 Minuten lang Yoga geübt. Hunger kommt immer drauf an, ob man's sehr aktiv macht oder sehr entspannt. Aber jetzt haben wir gerade alle Hunger. Auch wer nicht als große Gruppe im Waldquartier Urlaub macht, kann sich übrigens von Daniel und Larissa bekochen lassen. Wenn's dann so ne gemütliche Atmosphäre ist dort, ist es superschön zuzugucken. Ja, man hat ein gutes Gefühl, wenn's geklappt hat. Ja. Die Leute sagen, es schmeckt. Sieht auch ganz natürlich aus da, oder? Ihr Plan von einer Waldherberge geht auf. Das ist super, super anstrengend. Aber dann ist es auch wieder schön für uns. Wenn die Gäste gehen und sagen, ja, schade, dass wir schon los müssen, aber wir kommen wieder. Super. Und wir haben uns so wohl gefühlt, ne? Also das ist ja, das ist doch genau das, was wir wollen. Für die jungen Harzer ist klar, sie wollen ihre Heimat weiter nach vorne bringen. venträgliches Biggeräusche Bis zum nächsten Mal.